Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, The First Descendant, der letzten Folge haben wir hier, Carell's Herzchen. Das ist warum du in der Vöid-Spanse warst. In der Fall, ich bin sehr glücklich, dass ich persönlich diese unglaubliche Nachrichten kann. Die Operation, um den Ironheart zu verletzen war ein Erfolg. Die Völkische Fälle auf jeden Fronten sind zurückgekehrt. Das Fakt, dass sie aufzettet haben, zeigt, dass Carell ein wichtiges Ziel zu haben. Nachdem man ausmacht auf jeden Fall, die Mensch endlich hat die Tide in diesem Krieg geöffnet. Ich habe alle Operation-Reporten, zum Beispiel für die Situation in der White Night Gulch. Alle Descendanten, die da waren, sind da verabschieden. Alpha wird in mehr Details erklären. Bitte zurück in HQ. Oh, nur ein Moment. Ich spreche von mir, und nicht als Einführung von HQ. Ich möchte persönlich allen Descendanten bedanken. Besonders du. Du hast die Ironheart verabschiedet und verabschiedet eine krisis. Wir sind alle in Ihren. Danke, Descendanten. Für alles. Wir sind alle Zombies. Wir sind alle Zombies. Oh mein Gott, nein. Nein. Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Was ist das? Eingang. Unser. Oh. Ähm. Oh. Da hinten ist auch was fertig. Na ja. Gehen wir erstmal rein. Achso. Wer gepasst? Haben wir irgendwas freigeschaltet? Für uns. Nö. Natürlich nicht. Nö. Nö. Guten Tag. Dankeschön. Und das erste Mal. Das ist schon gut. So. Das, das und das noch. Das dauert noch zwei Stunden. Oh ja. Jetzt gehen wir erstmal rein. Und ich würde mich übertragen. Und zwar würde ich gerne da drauf. Und zwar von... Oh. Ich habe keine Dinger mehr. Oh. Ich habe keine mehr. Oh. Ich brauche Präzisionsfasen. Lärgerlich. Oh. 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 Dauert ja nicht lang. Nö. Erstmal. Wie scheiße. Äh. Da. Da. Das könnte auch mal... Ja. Das könnte auch... 23,8... 23,9... 23,9... Und reinmachen. Kaputt, was ich kaputt mache, ja, ja, ja. Dann machen wir mal zum Chef. Gucken müsst ihr dort. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, 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 ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Aber ich bin froh. Ich glaube, dass wir mit der Entscheidung, um die Ironhearts zu zerstören, die Glossi werden, um die Ingris' Dimension zu werden. Als die Dimensionalen Wall ist, die Ironhearts müssen von Ingris entfernt werden. Mit der Destruction von ein Ironheart, es ist klar, dass wir eine stärkere Glossi face. Aber die Nacht ist der Schmerz, kurz vor der Schmerz. Wenn wir mit diesem Schmerz durch diesen Schmerz zusammenkommen, wird die Zukunft der Ingris' blieb. Bis zum nächsten Mal kommt, ich hoffe, dass ihr weiterentwickelt mit mir, und gegen die Glossi-Intercept-Ballanz. Wie immer, ich glaube, dass ihr in deine Strecke und Entfernung habt. Ich analysiere den Void-Paradox. Oh, guck mal, jetzt habe ich nämlich endlich... Was? Verteidigung 20.000. Okay. Aber Giftwiderstand habe ich gehört. Egal. Aber man bekommt wirklich so schnell kaputt. Warum ist jetzt meine Unterlegung? So, was hast du denn? Wenn es neue Forschung ist, ich höre. Descendant. Ich habe gehört, dass die Menschheit trieft gegen Korrel. Die Menschheit hat viele Worte über die Jahre gewonnen. Aber sie werden immer noch verlieren. Bis zum nächsten Mal. Diese Krieg hat mir geholfen, dass meine Perspektive auf die Menschheit und Descendant ist. Die Magistrische. Aber sie haben alle verletziert den Ironheart. Die Magistrische. Die Magistrische. Die Auswahl von Albion. Und, als ob die Magistrische sind von Volkos, die Gegend sind vielleicht eher näher als du denkst. Aber das ist nur die Stanz des Councils der Magistrische. Einige der Magistrische, mich included, werden immer noch für die Menschheit verletziert. Ich will, dass Sie sich noch daran erinnern, dass ich immer mit Ihnen alle stecken, obwohl die Qualität der Council beherrschung der Magistrische. Es scheint, dass Sie viele Dinge aus mir ausführen. Wenn Sie nach vorne gehen. Okay. Und dann? Was ist das tun? Nachfache der Nachfache. Notfall, Notfall. Ein gewisser Prolog. Denatmen nachfache. Einen haunted. Das interviewed Benright Brothers. Das war's für heute. Das ist natürlich alles. Ach Gott, der gibt noch ein Geeks. Okay. Äh, das ist dasselbe. So, da und da, jetzt hab ich noch zu ihr. Ich geh mal zu ihr schnell. Oh, I'm a special human child. What do you need? Hab ich jetzt noch was? Ich will die Benni, äh Benni, Manni kann ich noch nicht machen. Ich muss mal da klein aufnehmen. Nicht gar nicht. Kann ich aber nichts. Gib dich zur Erforschung eines Bolivien-Ultimit-Nachwohn-Appe. Das ist schon klar. Das wird doch eine Ausfahrt werden. Jetzt machen wir erstmal alles. Jetzt gehen wir erstmal zum Video. Du brauchst Informationen? Das ist HQ. Senden zu allen Descendanten auf Standby. Wir bekommen mehrere Reaktionen für Reinforcements, wegen Vulgis-Attacken, anstrategischen Punkt in jeder Zone. Karell und die Vulgis-Main-Fleet werden müssen, aber die Anwärme-Attacken sind intensiviert. Alle Descendanten, die Anwärme-Attacken sind, und die Anwärme anwärme anwärmen. Nell? Kannst du eine andere Descendant für meine Anwärme anwärme anwärmen? Falbi? Ist etwas falsch? Wichtig? 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 Ich habe noch nicht so gut. Wichtig. Ich fühle mich anwärmen, wenn ich meine Anwärme 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 anwärmen. Es fühlt sich wie eine große Kraft in mir. Es fühlt sich wie etwas, in dir. Wichtig? Wie wissen Sie? Wichtig. Wichtig. Einige der anderen Descendanten haben ähnliche Symptome, wie ich. Es ist das Gleiche mit mir. Ich dachte, es war nur fatigue, aber etwas nicht so gut. Für jetzt, die, die möglichen werden, bitte, mit anderen Descendanten. HQ wird die Situation erfüllen. Ich kann sehen, dass viele Descendanten die gleiche Symptome sind. Ich fühle mich auch. Mein Code wird nicht stabil. Weil dieses Phänomenon mich auch beeinflusst. Ich glaube, die Grundlage zu ARCHE ist. Ich investigiere die Origen dieser Probleme, während du deine Mission ausfälligst. Das Ding hier. Da bin ich immer noch so schlecht. Jetzt gehen wir es woanders hin. Are you ready, to undertake a boy in the self battle assignment? Oh, da haben wir noch ein paar Sachen, was wir machen können. Hm. Egal. Geil. Ein bisschen wenig Lebensruh darüber. Das kriegen wir trotzdem hin. Egal. Tja, Tja, also, Tja, 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 Tja. Tja, 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 siehst mal geil aus ich will da mal nicht so rum hier ich will da mal nicht so rum, 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 ich will da mal auch Es geht mit Sieiegen! h!h!h!h!h!h!h!h!h! Waa 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 Was muss ich damit machen? Ah fuck! Ich darf keine Fähigkeiten benutzen Verstanden Ok Waa 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 komm schon komm schon komm schon komm schon pen komm gut komm komm Komm, die Zündchenchen. Hört doch mal stehen, Kerl. Hört doch mal stehen, Kerl. Hört doch mal stehen, Kerl. Scheiße. Zu wenig Damage. Das schaffen wir noch nicht. Schade. Da haben wir zu wenig Damage. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.